Hey meine Lieben, heute haben wir ein neues Video für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben euch verschiedene Sportlucks mitgebracht, die für mehr Motivation beim Sport sorgen. Für euch gibt es nämlich ab sofort von Page One eine Active Collection bei Taco Fashion. Seid gespannt auf die Looks. Und wir starten auch direkt. Fakt ist, damit wir uns ausgeglichen fühlen und glücklich sind, darf Sport in unserem Alltag nicht zu kurz kommen. Für den Trend braucht ihr ein bisschen Selbstbewusstsein. Tragt doch einfach euren Sportbehagen im Gym anstatt ein T-Shirt. Genau, es macht einen echt mega, mega schönen Rücken und sieht einfach mega nice aus. Mono-Color-Looks sind ganz klar auf dem Vormarsch, dabei ist der Farbton fast egal. Ihr wisst, wir lieben Farben, wir lieben Muster, aber genauso lieben wir auch Basic-Farben, so wie schwarz und grau. Und ihr müsst euch einfach nur sicher sein, dass es zu eurem Hautton passt und dass ihr euch wohlfühlt. Und bei diesen Looks sind eng geschnittene Shirts zusammen mit hochtallierten Leggings auf jeden Fall die Styling-Favoriten. Also für mich ist ein gut sitzender Schnitt und ein wirklich komfortabler Stoff, das A und O, um mich beim Sport wohlzufühlen und richtig Gas geben zu können. Und das für mehrere Stunden. Wir mögen Farbe und wir mögen Print. Genau, Basics kann man den ganzen Alltag anziehen, aber wir lieben es im Gym aufzufahren. Deswegen gerne Muster und gerne Prints. Und man kann das auch einfach mit Basics kombinieren, ob das noch ein weißes Oberteil ist oder ein schwarzes oder halt so in einem kompletten Set, wie wir es jetzt tragen. Ein Trick für mehr Motivation lautet, wie so oft im Leben, neue Klamotten. Mit einem neuen Outfit haben wir gleich viel mehr Lust aktiv zu sein und unsere neuen Teile zu präsentieren. Wir hoffen, ihr konntet Inspiration aus den Looks und den Übungen mitnehmen und seid jetzt richtig motiviert, aktiv zu sein. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welches eure Lieblingsoutfits aus dem Video sind. Die ganzen schönen Outfits und Produkte sind alle von Taco Fashion. Sie sind alle in der Infobox verlinkt und ihr könnt sie gerne nachschauen. Falls ihr noch weitere Tipps und Tricks haben wollt, dann abonniert jetzt gerne diesen Kanal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Taco Fashion.